Nichts zu Ende gebracht, sagt Bachmann, aber es verhält sich anders. Nichts, nicht nichts zu Ende gebracht, sondern das nichts zu Ende gebracht. Die bitteren Rätsel des Seins, der Existenz und der Liebe, haben wir verstanden, warum sich diese, so wie das Maß des eigenen Seins, nicht verstehen lassen sollen, wollen, absichtlich so konstituiert sind, dass sich der Grund nicht ergründen lassen soll, damit die Funktion und die Aktionen des Seins, der Seinserhaltung, der Drittveranderungsimperative nicht gefährdet werden und Frage gestellt werden in ihren Bergwiederholungszwängen. Also alles, was erklärt, was bislang ohne Erklärung auf Existenz, auf Sein, auf Nichts, auf Leere, auf Nachträglichkeit, auf Abwesenheit, auf Verwurf, auf Auswurf und so weiter. Nicht hinwies, sondern dieses Volk zog. jumpscare undolithcke, w Stream End